Hallo ihr Lieben, ich freue mich auf dieses Video, ich freue mich auf euch, dass ihr dabei seid und diese wundervollen Monolidschatten, die hier vor mir liegen, gleich sehen werdet und ich freue mich wie Bolle da drauf. Ich weiß, dieses Video, da freuen sich einige drauf, ich weiß aber auch, dass es viele Leute gibt, die sagen, Mensch, ich nutze aber irgendwie nur standardisierte Lidschattenpaletten und Monolidschatten interessieren mich null. Schaltet trotzdem nicht ab, bleibt dran, weil es wird spannend, ich habe mir da echt viel Mühe gegeben und hoffe einfach wirklich, dass es euch trotz alledem gefällt, auch wenn ihr euch vielleicht nie Monolidschatten kaufen werdet. Ja, ansonsten kurze Vorstellung, mein Name ist Heike, ich liebe Make-up, ich liebe Kreativität, ich liebe Farben, ich liebe Konsistenzen und das werdet ihr in diesem Video auf jeden Fall sehen und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt auf jeden Fall dran, gebt dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und vor allem schaut einfach auch nochmal kurz, was für einen tollen Look ich heute trage. Also ich finde den Look so, 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 so schön. Ich zeige ihn euch ein bisschen näher, weil ich finde von weitem kann man das immer nicht so gut sehen. Ja, dieser Look ist entstanden mit Schimmer Monolidschatten aus meinem Repertoire, was ich habe mit Clionette Lidschatten. Ja, also ich habe mit Clionette, also die Marke heißt Clionette Cosmetics, eine kanadische Marke und damit habe ich diesen Look entstehen lassen. Wunderschöne Schimmerfarben, wirklich ganz, ganz großartig. Ich liebe die Qualität von Clionette Cosmetics und da habe ich natürlich noch ein paar mehr Farben hier bei mir, die ich euch auf jeden Fall jetzt gleich zeigen werde. Ich freue mich so sehr und ich hoffe ihr auch, auf geht's in die Lidschatten. Ich starte jetzt und zeige euch als allererstes meine wundervolle Clionette Sammlung, die ich hier habe mit Monolidschatten. Ich werde die auch ausräumen, also alleine diese tolle Palette, ja, das ist so eine magnetische Palette, die habe ich mir damals mitbestellt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich die in Kanada bestellt oder habe ich die im Monolidschat bestellt? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das war bei Monolid. Ich glaube, die habe ich ein bisschen später geordert. Ja, hier sind auch noch andere Monolidschatten drin und die zeige ich euch dann aber später. Ich werde jetzt alle erstmal hier aufräumen, weil ihr seht, die hat Potenzial, dass ich erstmal hier auch alles sauber mache. Pack die nachher ordentlich rein, werde mir für mich persönlich ein Foto machen, damit ich hinterher weiß, okay, welche Farbzeichnung ist hier drin. Genau, das möchte ich sowieso ganz gerne machen bei Monolidschatten. Die zeige ich euch alle gleich ein bisschen näher mit Swatches und so weiter. Also bleibt dran. Ich räume jetzt hier erstmal alles aus und dann sehen wir uns gleich wieder und ich zeige euch alles im Detail. Und zwar starte ich heute mit den Farben, die ich auf den Augen trage heute. Den Look habt ihr ja schon gesehen. Einmal den Farbton Throne. Throne ist dieser erstmal gelblich wirkende Ton. Ich mag den wirklich sehr. Der hat was super Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und meine Beleuchtung hier ist so, ja, okay, aber es geht natürlich noch besser, um diesen Ton noch besser einzufangen. Also der hat so einen, ja, rosé-orangigen Shift noch mit drin enthalten. Und dieser Farbton ist so, so toll. Also ich kann euch den hier einfach mal swatchen. Ich werde sowieso hier alles durch swatchen, damit ihr das sehen könnt. Das ist der Farbton Throne. Ja, das ist der Farbton. Und ihr könnt es so ein bisschen sehen. Das ist so ein, ja, so ein, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Multicum ist. Auf jeden Fall ist da so ein ganz toller, rosastichiger Shift. Und deshalb, finde ich, ist der auch sehr soft aufgetragen. Ich habe den ja heute nur im Inner Corner. Auch wunder, 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 wunderschön präsent. Aber eben nicht so neonartig, ne. Also, ja, mag den sehr. Ein super Throne. Hier ist er. Wunder, wunderschön. Ich mag den. Den habe ich auch schon oft getragen. Und ich werde mir den jetzt einfach mal hier oben in die Ecke geben. Mal sehen, vielleicht verändere ich das Ganze hier nochmal in der Palette selbst. Dann habe ich heute auf dem beweglichen Augenlid diesen Farbton. Das ist dieser hier. Killen. Das ist ein Juve Multichrome. Das ist wirklich ein Multichrome. Und der hat so eine schwarze Base. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Schwarze Bases sind immer schwierig manchmal, das auch so einzufangen. Wirkt auf jeden Fall immer sehr intensiv. Ich war auch sehr überrascht vorhin, als ich den aufgetragen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal getragen habe. Das ist so weich. Also auch die Konsistenz von Clionate ist übrigens ultra cremig. Also das ist halt nicht trocken. Ihr seht das schon. Überhaupt nicht trocken. Wie gesagt, er hat so eine dunkle Base. Hier sieht man es ein bisschen. Und das wirkt dann, je nach Licht, so ein bisschen Gold, ein bisschen Grün. Und halt dieses wunderschöne Pink, Rot, Morph. Naja, Rot ist es, wie gesagt, nicht so wirklich. Na, das schwankt dann halt. Das ist aber, finde ich, mittlerweile auch so ein Ton. Und den hat man hier und da öfters mal in Paletten oder bei Farben. Und ihr seht, wie heftig. Seht ihr das? Ich könnte diesen Ton, oder ich mache es einfach mal. Ich ziehe den mal hier noch weiter rum. Also der ist so pigmentiert. Und das liebe ich halt bei Clionate. Also die sind meistens ultra pigmentiert. Meine Güte, seht ihr das? Bis hier rum habe ich das gezogen. Ja, ihr seht euch, ich habe hier noch so viel auf dem Finger. Und da sieht man, oh ja. Schaut mal, wenn man den jetzt so lang gezogen hat. Da sieht man einfach diesen krassen Shift. Also wie gesagt, da könnte man jetzt hier nur so rumziehen. Weil der einfach so heftig pigmentiert ist. Wunder, wunderschöner Ton. Habe ich wirklich viel zu selten bis jetzt benutzt. Ja, aber ich finde, der macht was ja. Und da sieht man, der hat halt wirklich diese Black Base. Ja, wunderschöner Farbton. Wie gesagt, der Farbton heißt Kiln. Dann habe ich diesen Ton hier heute noch drauf. Den habe ich aber nur im unteren Wimpernkranz. Und zwar ist das der Farbton Lineage. Lineage. Ja. Und ich glaube, das ist auch eher so ein Duochrom, habe ich das Gefühl. Aber ein Wunder, Wunder, Wunder. Wirklich ein wunderschöner Farbton. Den muss ich euch jetzt natürlich auch swatchen. Wie gesagt, ich versuche alles hier durchzusetzen. Ich brauche eigentlich nicht mal dolle reingehen. Weil man hat einfach sofort Pigment. Ich gehe jetzt trotzdem mal stärker rein, damit ich euch wirklich einen guten Swatch machen kann. Den ihr wirklich gut sehen könnt. Und der ist auch so, so hübsch. Und benutze ich tatsächlich viel zu wenig. Also könnte ich viel mehr nutzen. Und der hat so einen ganz tollen Shift. Den haben mittlerweile auch so viele Indie-Make-Up-Brands, die den rausbringen. Oh, ich habe nicht so schön geswatcht, weil ich in einem anderen Ton vorbeigekommen bin. Ja, naja, auf jeden Fall. Aber ihr seht da noch den Swatch. Und ihr seht das. Das ist ein, ja, so ein schriftiger Shade. Der ist so rosa, lila so leicht. Aber eher so ein bisschen rosa. Ja, so ein rosaner Schimmer ist da drin. Wunder, wunderschöner Ton. Wirklich. Also je nach Licht, ne. Aber ich finde, man sieht das tatsächlich ganz gut. Sehr, sehr hübscher Ton. Ich weiß nicht, ob es ein Multichrom ist. Ich würde sagen, es ist ein Duochrom. Ja, wunderschön. Ja, und nochmal. Der Farbton heißt Lineage. Ja, Lineage. Wunderschön. Den trage ich, beziehungsweise den trage ich im unteren Wimpernkranz. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht schmaddere in meiner Palette. Den meisten Farbton, den ich nehme, den habe ich euch auch neulich mal gezeigt. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten Töne. Der ist im Monolith-Shop auch immer ausverkauft von Clionette. Ich bin der Meinung, der heißt Moral. Ja, Moral. Ich liebe diesen Farbton. Seht ihr? Jetzt seht ihr den. Das ist Moral Electric Multichrome. Ein Electric Multichrome. Ja, Clionette unterscheidet aus ihren Kollektionen immer, was ist das für eine Konsistenz und so weiter. Und das ist ein Electric. Seht ihr das? Hammer. Bei dem kann man diesen Schiff so toll sehen. Und der ist gigantisch. Also, den swatche ich euch natürlich auch mal. Und der ist so... Schön, schöner Moral. 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 Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auch den swatche ich euch jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Wow. Daneben. Hammer. Und schaut mal, wie der neben den anderen so heftig schimmert. Also, der ist krass. Ja, der ist wirklich krass. Der hat eine Intensität. Wenn man jetzt die anderen daneben sieht, die anderen sind schön, aber er ist... Ja, aber hier, wie gesagt, da sieht man einfach diesen Schiff so gut. Da muss ich nicht gucken, zu sehr, wie ist die Beleuchtung. Also, diesen Ton, boah. Hammer. Den müsst ihr euch mal angucken. Also, wie gesagt, im Monolith ist der zwar oft ausverkauft, aber ich habe mir auch schon ab und an wieder gesehen. Ich gucke da tatsächlich manchmal durch, weil... Ja, ich will zwar nicht unbedingt bestellen, aber ich liebe einfach kleine zu sehr. Wunderschön. Das ist Moral. Ich bleibe mal weiter mehr in diesem türkis-grün-bläulichen Farbschema. Jetzt kommen wir zu diesem Schätzchen. Sieht der nicht auch besonders hübsch aus? Also, ich... Ich sage ja, ich könnte mich da gar nicht dran satzen. Ich könnte mir das stundenlang angucken. Das ist... Oh Gott, wie spricht man das aus? Her... 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 Lume? Her... Her... Hel... 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 Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Multicum ist oder sowas. Aber wunderschöner Farbton. Also, der kann sich mit Moral... Ähm... Ja... Freuen. Schaut mal, so sieht der aus. Ich gehe aber, wie gesagt, ein bisschen mehr rein, weil ich euch einen guten Swatch... Ne, einen guten Swatch... Einen guten Swatch machen will. Und der schifftet auch so wahnsinnig toll. Den swatche ich euch mal neben Moral. Mal sehen, wie gut das klappt. Ja, doch geht, geht, geht. Sehr schön. Ja, wunderbar. Seht ihr das? Shifty, shifty. Ja, also wunderschöne Farbtöne gibt es bei Kleiner und ich liebe diese Konsistenz. Das ist einfach so unkompliziert. Das ist nicht zu flaky. Das ist nicht trocken. Das ist cremig. Aber, ja, ich weiß gar nicht... Ich kann euch das gar nicht richtig beschreiben. Es ist einfach echt schön und ich habe den... Ne, nicht ganz rumgezogen. Nein, habe ich nicht. Aber ist der nicht toll? Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Ich sage, da können Sie sich hier mit einreihen. So ein Träumchen. Wirklich toll. Dann mache ich mit diesem Farbton weiter. Ist der nicht auch ein Träumchen? So ein tolles, saftiges Grün. Und der hat, wie ihr sehen könnt, ich befürchte, auch hier, der hat so... Ja, so eine schwarze Base. Der hat, ja... Ich würde behaupten, der hat eine schwarze Base, dass ich aber gleich, wenn ich ihn euch swatche, und das ist der Farbton... Treff... Treffoil? Treffoil? Juve Multichrome? Also Multichrome. Treff... Treff... Treffoil? Oder... Treffoil? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall diesen wunderschönen Ton werde ich euch swatchen. Auch hier gehe ich einfach mal gut rein. Ach, und das fühlt sich einfach so... Cremig... Uhu... Hallöchen! Ähm... Das ist... Ah, das ist klein und wie ich es kenne, liebe und... Ah, so schön! Ja, klein und finde ich, muss man einfach lieben. Das muss man ausprobiert haben. Zumindest, wenn man auf solche Farben hier steht. Und... Ah, schön! Also ihr seht, da ist... Das ist so eine schwarze Base drunter, ja? Bei diesem tollen grünen Multichrome. Aber... Uhu... Ist das nicht schön? Oh Gott! Leute, es ist so ein Traum! Warum mache ich dieses Video, um mir selber die Farben noch mal näher zu bringen? Ein Stück weit natürlich auch, ne? Weil man hat so viel im Schrank und mir tut das so gut, diese Farben euch halt auch zu zeigen und mir natürlich auch nochmal. Ich glaube, diesen Ton tue ich nicht nach oben, weil ich habe noch mehr Farben. Ich glaube, den werde ich hier drunter packen, unter das Gelb. Ich hoffe nur, der geht hier farblich nicht unter mit dem Gelb. Aber, ja, ich glaube, da lasse ich ihn erstmal. Dann mache ich weiter mit dem nächsten grünlichen Ton, oje. Jetzt muss ich echt gucken... Hm... Was ist wirklich grün und was nicht? Das wird jetzt echt spannend. Mal sehen. Vielleicht arrangiere ich das nachher um. Ich zeige euch jetzt diesen Farbton. Der sieht doch auch sehr besonders aus, oder? Ich finde, der hat was. Meine Finger sehen natürlich jetzt auch ein bisschen mistig aus, aber ich habe hier ein Handtuch, da wische ich mir die Swatches ein bisschen ab. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem hier. Der nennt sich Illumination. Und das war einer der Iridescent Multichromes. Ja, und das ist wirklich so ein ganz toller, irisierender Ton. So, ich gehe jetzt auch mal mit dem Finger hier rein. Versuche euch. Einen wunderschönen Swatch zum Beispiel. Ich gehe ruhig ein bisschen stärker rein. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen wie Vanille, Zitrone. So würde ich den eigentlich eher nennen, ne? So ein bisschen, oder Limette oder so. Keine Ahnung. Zitrone, Limette, so, finde ich, so sieht er aus. Den werde ich jetzt hier neben dem grünen Ton swatchen. Ja. Okay, da habe ich jetzt nicht ganz so viel drauf. Aber das ist ein irisierender Ton, ne? Der würde sich zum Beispiel gut machen auf einem dunklen Untergrund. Der hat nicht so viel Textur wie jetzt die anderen hier. Aber ihr seht, der Ton ist da. Der ist auch sehr, sehr schön. Der hat seine Berechtigung. Den könnte ich tatsächlich auch häufiger mal im Alltag tragen. Weil der nicht zu knallig ist, ne? Also den kann man auch mal softer auftragen. Das ist ein Multichrome. Ich überlege nur, was der shiftet. Ich würde behaupten, das ist auf jeden Fall gelb. Gelb-Gold. Hm. Vielleicht auch ein bisschen rosa Anteil drin. Bisschen grün. Ja, sowas in der Richtung, ne? Der verschwindet auch so ein bisschen. Da doch, guckt mal. Wenn ich jetzt so halte den Arm, dann seht ihr das. Der verschwindet so ein bisschen. Je nach Licht taucht dieser Ton wieder auf. Also solche Töne mag ich auch. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen rosa mit enthalten. Wunderschöner Ton. Wie hieß der doch gleich? Illumination. Der nächste Farbton ist dieser hier. Das ist von Clionet. Ein weiterer wunderschöner Farbton. Ich muss hier nur einmal so ein bisschen umdrehen. Da ist er. Das ist Chandelier. Ein Glitter Multichrome. Also ihr seht, auch hier gibt es Unterschiede. Schaut wirklich auf der Seite. Vielleicht finde ich noch so ein Kärtchen. Ich hatte damals mal so ein Kärtchen, wo alles drauf stand. Wenn ich das finde, zeige ich euch das in diesem Video noch. Wenn nicht, dann leider nicht. Aber da gucke ich noch mal nach, weil da hatte ich bei einer Bestellung so ein tolles Kärtchen mitbekommen. Und seht ihr das? Superschön. Also ein Glitter Multichrome. Der hieß nochmal Chandelier. Ihr könnt auch immer, ich versuche euch das auch, die Seite von Clionet hier unter dem Video noch zu verlinken. Und von Monolith. Von dem Shop. Da könnt ihr direkt bestellen, wenn ihr die Töne, wie gesagt, vorrätig findet. Das ist halt immer so die Frage. Auch den werde ich euch mal swatchen und nicht nur hier zeigen. Aber, ach, ist das nicht ein Träumchen? Hallöchen, da bin ich. Bin ich nicht schön? Wunderschöner Ton. Und ihr seht ja auch, wie toll das aussehen kann. Und Glitter bedeutet ja nicht immer gleich grob. Das ist auch so, das ist so weich. Ich liebe das, dass das so weich ist. Naja, so. Der nächste Spot, den mache ich jetzt hier daneben. Und da seht ihr, das sind halt so eher hellere, grünliche Töne. Zack. Wow. Der hat natürlich eine Power. Ja, gegenüber dem daneben ist der natürlich sehr präsent. Wunderschön. Auch den, ich glaube, den werde ich auch mal hier und da im Alltag platzieren. Weil dann hat man gleich einen ganz besonderen Look. Selbst wenn man nur Brauntöne trägt oder so, machen solche speziellen Töne echt was her. Also, das scheint mir auf jeden Fall auch so ein bisschen Gold, Blau, Grün. Ja, ich weiß nicht, was da noch mitschwingt. Vielleicht noch ein bisschen Lila oder sowas. Toll. Toller Farbton, wirklich wunderschönes Schätzchen. Der kommt jetzt hier daneben hin, diesen Ton. Der geht zwar ins Grün, ist aber nicht komplett grün. Das ist so, sieht auf den ersten Blick so ein bisschen Gold aus. Ich glaube, der ist aber nicht nur Gold. Und ja, was haben wir hier für den Farbton? Wie heißt der? Chalice. Chalice. Chalice, ein Hybrid Multichrome. Chalice. Chalice. Das ist Chalice. Oder Chalice. Auch hier, weiß ich nicht, ist das Black Base. Könnte sein. Muss aber nicht. Auch hier bin ich echt ultra, ultra gespannt. Den zwatsch ich euch mit dem nächsten Fingerlein. Zack. Doch, hier seht ihr den anderen nochmal. So, das watch ich euch. Den Ton hier daneben. Oh Gott, ich habe nur so viele. Ich weiß gar nicht, ob die alle auf meinem Handrücken Platz finden. Ich glaube nicht. Oh, jetzt habe ich den auch nicht besonders ordentlich geswatcht. Aber gut, zumindest könnt ihr. Uh, ist der nicht hübsch? Ah, der hat so ein bisschen Black Base ist der auch. Zumindest so eine braune Base hat der darunter, finde ich. Auch ein sehr schöner Ton. Den könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Im Alltag auch mehr zu nutzen. Also sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, wenn ich etwas dezenter rumlaufen will, als wir heute. Ähm, wunderschöner Farbton. Toller Schimmer. Superschön. Also wirklich, ich liebe diese schriftigen Shades hier. Wunder, wunder, wunderschön. Ganz großartig. Gehen wir mehr in Richtung Rosa. Ist das nicht ein Träumchen? Wunderschöner Ton. So hübsch. Auch diesen Ton stelle ich euch kurz vor. Das ist, oh, Bloodline. Bloodline? Ein Vibrant Multichrome. Bloodline. Wow. Da ist auf jeden Fall Grün mit bei. Ich glaube, den habe ich auch schon häufiger mal getragen. Jetzt nicht zu oft, ne? Sonst würde der wahrscheinlich noch anders aussehen. Auch hier gehe ich rein. Wow. Ja. Hallöchen, du kommst daneben. Und auch hier, schaut mal, wie heftig hübsch dieser Ton ist. Oh, ja, der hat Eigenanteil hier. Der hat so einen richtig tollen rosanen Untergrund. Und da drüber ist so, ja, goldgrün, ne? Changiert ins Goldgrün irgendwo. Mega. Mega schöner Farbton. Ach, Ding. Echt hübsch. Bloodline. Dann zeige ich euch diesen Ton. Sieht der nicht toll aus? Wie gesagt, da sind immer so ein bisschen Reste noch von anderen Farbtönen daneben. Das geht leider tatsächlich recht schnell. Auch hier seht ihr, das hat irgendwie scheinbar eine dunklere Base darunter. Das ist der Ton Weld. Ein Juveld Multichrome. Weld. Was für ein Name, oder? Weld. Okay. Auch den swatche ich euch natürlich mal. Mal sehen, wie der ausschaut. Ach, es fühlt sich einfach so schön an, so gut. So sieht der aus. Ui, schaut mal. Ganz spannender Ton. Gerade jetzt so für den Herbst auch ein ganz, ganz toller Ton. Ähm. Sehr hübsch. Oh, seht ihr das? Ähm. Ja, mal sehen, ob ihr das gut erkennen könnt. Auf den swatche ich mal ein bisschen mehr. Ja, der hat auf jeden Fall eine dunklere Base, ne? Das, finde ich, sieht man. Das ist auf jeden Fall so ein Multichrome. Der geht zu uns grün auch. Gold, grün. Also eigentlich schon fast klassisch, ne? Das war ja eine der ersten Multichromes, die so gekommen sind. Mit diesem, ja, mit diesem pink, grün und ins goldgehende. Ein sehr schöner Standard Multichrome, könnte man jetzt schon sagen, ne? Dieser Ton. Aber man sieht auch, der shiftet. Sehr, sehr hübsch. Sehr schön. Den trage ich hier unten, daneben hin. Mal gucken, ob ich die Reihen hier noch verändere. Aber, ja, aber ich finde es so erstmal ganz gut. Ich zeige euch das zum Schluss natürlich auch nochmal. Jetzt mache ich weiter mit diesem wunderschönen Ton. Das ist so ein, ja, auf den ersten Blick ein lila Farbton. Und das ist der Farbname Enamel, ein Glitter Multichrome. Enamel habe ich auch jetzt gar nicht so in Erinnerung, muss ich gestehen. Ich glaube, den habe ich auch schon länger nicht getragen. Enamel, aber der gibt auf jeden Fall was her, finde ich. Ach, den swatch ich mal. Mal sehen, wie viel auf meinem Arm noch Platz finden wird. Ach Gott, das fühlt sich so gut an. Wunderschön. Ja, so ein blau-lila wird das auf jeden Fall mindestens sein. Aber das erkennt man vielleicht noch besser, wenn ich das jetzt hier, uiuiui, daneben geswatcht habe. Aha. Ja, sehr schön. Ja, da ist doch was los, ist da. Das ist halt jetzt hier nicht so holochrom oder so. Das ist einfach blau-lila, ne. Ich weiß nicht, was da noch switchen soll. Das ist ja irgendwie multichrom. Hm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber sieht sehr, sehr schick aus. Ein wunderschöner blau-lila Multichrome. Sehr, 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 sehr schicker Ton. Den werde ich hier, glaube ich, direkt daneben legen. Ja, ich muss echt aufpassen, dass ich die Palette hier nicht schon wieder einsauere. Ja, naja. So, einmal kurz Hände sauber machen und dann weiter geht's. Als nächstes machen wir mit diesem Ton weiter. Das ist der Farbton Lapislazuli. Oh ja, da hatte ich euch einen wunderschönen Look. Das ist auch hier mein Profilbild tatsächlich. Da habe ich diesen Ton aufgetragen gehabt. Wow, ist das nicht ein Kracher? Das ist ein, jetzt muss ich selber nochmal gucken, ein Deep Iridescent Multichrome Lapislazuli. Wow, den mochte ich so, so gerne. Ich glaube, daraus hatte ich euch einen Short gefilmt oder eben auch ein Reel auf Instagram. Aber ihr habt es auf jeden Fall irgendwo gesehen. Bin ich mir sehr sicher. Ach Gott, dieser Ton. Wow. Der ist wirklich toll. Den habe ich so gerne getragen. Den trage ich mal neben einem anderen lila stichigen Ton auf. Und auch hier muss ich mal ein bisschen mehr verteilen. Zack. Und der hat so ein bisschen auch so eine Black Base. Aber es ist lila. Aber es ist nicht nur lila. Ich kann euch nicht genau sagen, was mitschwingt. Es ist irgendwie auf jeden Fall eine schwarze Base darunter, würde ich behaupten. Aber ich muss sagen, ich mag die schwarze Untergrund Bases von Clionet sehr gerne. Das mag ich nicht bei jeder Marke. Das werdet ihr nachher auch noch sehen. Aber Multichromes von Clionet sind immer unglaublich schön. Und, ach Gott. Huch, huch, huch. Hallöchen. Lapis Lazuli. Wunderschön. Ja, den packe ich hier daneben hin. Jetzt zeige ich euch diesen Farbton. Sieht der nicht toll aus? Das ist so ein knaller Farbton. Das ist so ein richtig schönes, saftiges Orange. Was einfach so eine Strahlkraft hat. Wie gesagt, ich arbeite hier nur mit einem Ringlicht. Und der ist wirklich toll. Also den habe ich auch hier und da getragen. Aber auch den muss ich mehr Präsenz einräumen. Weil das ist so ein toller Farbton. Ich rede von richtig rumhalten. Majestie. Majestie. Ein Vibrant Multichrome Majestie. Und den swatche ich euch natürlich mal. Dann nehmen wir mal den Finger hier. Huch, hallöchen. Ich bin definitiv shiny. Und ich bin präsent, würde der sagen wahrscheinlich. So, den swatche ich euch daneben. So langsam wird es hier bei mir knapp. Ich glaube auch so langsam muss ich hier leider die Swatches gleich runternehmen. Weil da passt nicht mehr so viel drauf. Und zum zeigen wird es halt auch schwieriger. Aber ich denke, ihr könnt diesen tollen, orangigen Ton erkennen. Ich weiß echt nicht, in was der noch shiftet. Also gelb, gold, orange. Weiß ich nicht. Ich finde den ultra schick. Ich finde den so, so schön. Ich hätte den jetzt aber echt nicht als Multichrome eingestuft, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber auch da, wie gesagt, es kommt immer, gerade bei Multichrome, auf die Beleuchtung an. Ich gucke auch gleich nochmal, dass ich euch das vielleicht auch nochmal zeige, wenn ich draußen bin. Draußen scheint die Sonne. Und ich werde euch das hier nochmal eben abfilmen von den Swatches her. Draußen mit Tageslicht. Weil dann sieht alles nochmal ganz anders aus. Ich sag's euch. So sehen jetzt die Farben beim wunderschönen Sonnenlicht aus. Ich hatte da wirklich Glück mit dem Wetter, dass ich das so einfangen konnte. Und ihr seht, was für eine unfassbare Strahlkraft das bei Sonnenschein hat. Da könnt ihr euch vorstellen, wie dann diese Farben auf den Augen aussehen können. So, so schön. Also wirklich, ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Ich hatte da so ein Glück, dass ich das so filmen konnte. Und es funkelt, es funkelt. Ich sag's euch. Auch hier nochmal seht ihr das Ganze nicht mit Sonnenlicht, sondern mit Tagesbeleuchtung. Aber auch hier, finde ich, sieht man teilweise auch wirklich die Shifts auch ein bisschen. Das ist tatsächlich auch so mal ganz schön, es so zu zeigen. Also auch hier sind die Farben definitiv intensiv. Und ja, also mir gefällt es. Ich finde es wunderschön. Und nun seht ihr die Farben in Badezimmerbeleuchtung. Ja, Badezimmerromantik ist auch ganz schön. Auch hier kommt die Strahlkraft der Farben so gut raus. Ich sag's euch, es ist immer ein Genuss. Nun kommen wir zu dem Farbton Sunbeam. Wow. Das ist so ein richtig schöner rosa Farbton. Schaut mal. Sunbeam heißt der. Das ist ein Glitter Multichrome. Wow. Hm. Wow, 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 wow. Also auch hier bin ich echt begeistert, dass Sunbeam so shiny ist. Also der hat wirklich eine Strahlkraft für mich. Und da gehe ich natürlich auch mal rein. Also mein Arm erholt sich von den Swatches. Das wird heute nochmal ordentlich was werden. Schaut mal. Huh. Super, super schön. Das erinnert mich gerade irgendwie an Kirschblüte und so. Richtig, richtig hübsch. Richtig schön. Den Swatche ich euch dann mal hier vorne direkt. Uiuiui. Ja, ist das nicht hübsch? Hm, hm, hm. Halleluja. Bist du hübsch? Bist du hübsch? Ja, das ist so grün, pink. Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch Gold. Gold hat ja viel, also Gold ist ja viel drin, wobei der jetzt nicht klassisch Gold ist. Aber ihr seht, was der für ein Shift hat. Ich würde sogar sagen, grün ist das, ne? Nicht Gold, sondern eher grün. Oder grün-bläulich? Ich habe keine Ahnung. Also irre schön. Wirklich ganz, ganz toll. Ich habe hier noch einen letzten Rest. Auch hier kann man sehen. Also ich würde sagen, das ist so ein grüner Shift, der hier mitspielt. Mega. Sunbeam. Wunder, wunderhübsch. Den packe ich hier oben mit hin. Und dann zeige ich euch gleich die weißen oder die weißlichen Töne. Ja, nun zeige ich euch den Farbton Ray. Da kann man nicht so richtig erkennen, worum es geht. Vielleicht ein bisschen rosa, ne? Also hier bin ich gespannt, weil tatsächlich, den habe ich auch schon lange nicht mehr aufgetragen. Das ist auch einer von den Iridescent Multichromes. Und das ist, wie gesagt, der Farbton Ray. Da gehe ich jetzt mal rein. Ich bin echt gespannt, was jetzt bei rauskommt, wenn ich den auftrage. Ja, ihr seht, da ist auf jeden Fall pink drin. Definitiv weiß und pink. Ich bin gespannt, wenn ich den jetzt swatche, wie der dann aufgetragen aussieht. Oh ja, der ist aber scheiniger, als ich jetzt gedacht hätte. Da ist auch ein blauer Schiff drin. Oh, ist das schön. Ich glaube, den könnte ich auch mal so auftragen. Wobei der sehr pinkartig ist. Also da hat man Wumms. Und ich würde sagen, hier, seht ihr das? Das ist auch irgendwas bläulich. Irgendwas bläulich. Es ist hier mit bei. Aber ich finde es total schön. Bläulich, grünlich oder sowas. Wow. Ja, mega, mega schön. Der Ton heißt Ray. Hier steht es nochmal Ray. Hübsch. Als nächstes zeige ich euch den Farbton Ambient. Ambient ist dieser hier. Das ist auch einer aus der Reihe Iridescent Multichrome. Ja, also nochmal. Der Farbton heißt Ambient. Den swatche ich euch natürlich auch. Da bin ich jetzt auch gespannt, was bei rumkommt. Also ihr seht, das ist auch ähnlich. Auch wieder so pinkstichig. Gehe mal ein bisschen stärker rein, um wirklich einen Top-Swatch zu zeigen. Ah, seht ihr das? Der ist auf jeden Fall, der hat mehr Weißanteil drin, finde ich. Der hat mehr diesen klassischen Weißanteil. Das ist so rosa, hell, zart. Der hat nicht diesen bläulichen Unterton irgendwie, sondern das ist wirklich Weißanteil und rosa. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Seht ihr? Ah, schön. Und das passiert halt, wenn man diese Töne einfach wirklich mal so nacheinander irgendwie swatcht. Aber wie gesagt, ich kleckere. Ihr seht, das geht super schnell. Ich muss auch tatsächlich hier reinposten. Das geht echt super schnell. So, und jetzt zeige ich euch den nächsten Ton. Da bin ich auch gespannt. Ich habe eine Vermutung, wie der aussehen könnte. Aber mal gucken, mal gucken. Und zwar rede ich von dem Ton Halo. Halo. Schaut mal. Halo. Hallöchen. Ja, das scheint mir auch ein sehr schriftiger Shade zu sein. Der jongiert auf jeden Fall sehr. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt sehen wir mal mal den anderen Finger. So, ich gehe auch gut rein. Wow. Seht ihr das? Das ist ein orangiger Schrift. Okay. Seht ihr da? Da bin auch ich überrascht. Wie gesagt, ich habe die so lange nicht geswatcht und mir angeschaut. Es wird echt mal wieder Zeit hier an der Stelle. Wow. Ja, der erinnert mich an Morel ein wenig. Ein bisschen erinnert er mich an Morel. Schaut mal. Da ist so ein... Ja, so ein orange-pfirsich-farbener Ton. Und... Aber das gefällt mir richtig gut. Das ist so ein... Ich würde auch sagen, das ist so ein bläulicher Untergrund. Oder Unterton. Oh, finde ich wunderschön. Oh Gott. Also ich merke, ich muss die Töne definitiv auch in den Alltag integrieren. Weil, meine Güte, ich kann das nicht so liegen lassen. Ey, das ist ja... Halo. Ja, Halo. Schreit Hallo. Benutze mich. Als nächstes kommen wir zum Farbton Chromatic. Chromatic oder Chromatic. Aus der Iridescent Multichrome Reihe. Sogar aus der zweiten Reihe. Also Series 2. Ich bin gespannt. Da bin ich auch wieder gespannt, wie kommt der raus. Das ist ja bei diesen sehr weißlich aussehenden Tönen immer so die Frage, wie kommt das wirklich raus. Deshalb sind Swatch so elementar manchmal, um sich da wirklich gut zu entscheiden. Und hier seht ihr das. Das krümelt halt sehr schnell. Das ist natürlich so ein Ding. Das muss man mögen. Ja, da muss man ein bisschen großzügig sein. Aber es ist einfach so eine tolle, gepresste Formulierung. Ich liebe das. Dieses Weiche in diesem Kleine. So, das ist der Farbton. Also es ist goldgrün-blau oder so. Ich weiß nicht. So, der Farbton hieß Chromatic. Chromatic. Ja, Chromatic bedeutet ja auch, dass der dann einen besonderen Schrift hat. Also mehr schiften sollte, denke ich. Würde ich vermuten. Schauen wir mal. Swatch, Swatch, Swatch. So. Ja. Wow. Sehr hübscher Farbton. Und der wirkt jetzt hier irgendwie bei euch ein wenig rosaner. Aber ich finde, der ist viel wärmer. Noch ein Tuck. Ja, seht ihr? Das ist halt das mit den Multichroms. Wie fängt man das am besten ein? Also Chromatic oder Chromatic wirkt ein bisschen wärmer bei mir auf dem Arm. Aber bei euch wirkt der kühler. Also ein wenig zumindest. Ja, auf jeden Fall auch wieder so ein Rosa mit Gelb. Ja, mit zum Gelbanteil, mit rosa. Aber hübsch. Hübsch hätte ich jetzt ganz anders gedacht. Den packe ich hier weiter rein. Wie war das? Chromatic hieß der genau. Der nächste Ton heißt Candela oder Candela oder ich weiß nicht, wie man es bespricht. Auch ein Iridescent Multichroms aus der ersten Reihe. Candela. Super, super schick, finde ich. Auch hier gehe ich mal mit dem Finger direkt rein. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Übrigens, den Swatch davor sieht man nochmal besser. Oha. Schaut euch das an. Ist das Gelb oder ist das Grün? Ich weiß nicht. Hübsch. Ja, den Swatch ich auch mal hier nebenan, um zu gucken, wie der wirklich rüber oder rauskommt. Okay. Das ist irgendwie ein gelb-grün-rosa. Ja, hier sieht man es. Das ist ein bisschen rosa auch mit bei. Gelb-grün-rosa. Sehr, sehr hübsch. Wow. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Auch ein Überraschungston, finde ich. Also sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, das bröckelt hier ganz leicht. Aber das ist halt, weil die so soft sind von der Art dieser Töne von Clionat Candela. Candela. Oder Candela. Candela? Candela? Ich weiß nicht. Ich glaube, einer der bekanntesten Töne, den ihr bestimmt mal gelesen habt bei Clionat, wenn ihr da mal geschaut habt, ist Spectrum. Spectrum ist, glaube ich, eines der ältesten Farbtöne von Clionat und das ist Spectrum. Spectrum gibt es auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lange. Wow. Ah. Traumhaft schön. Auch hier gehe ich natürlich mal rein. Mal gucken, wie der gleich wirkt auf dem Arm. Da bin ich jetzt echt... Ach, der leuchtet. Ich bin gespannt, ob der jetzt so aussieht wie der andere Ton, den ich hier habe. Da bin ich gespannt. Oh, nein. Der ist von der Konsistenz seidiger, dünner, cremiger sogar noch ein Tuck. Wow. Hübsch, 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 hübsch. Also das ist auch, wie gesagt, wieder rosa mit ein bisschen Gold, peachy auch ein bisschen, finde ich. Wirkt jetzt zwar bei euch wieder nicht so, bei mir wirkt er peachiger, also wärmer, als er jetzt hier vielleicht in der Kamera rüberkommt. Aber wie gesagt, ich zeige euch dann wieder Swatches im Tageslicht. Mal sehen, Badezimmerbeleuchtung oder sowas. Alles, was ich bekommen kann, werdet ihr sehen, damit ihr, wie gesagt, sehen könnt, wie das dann swatcht. Also beziehungsweise wie das dann farblich wirkt. Genau, Spectrum war der Farbton, also sehr, sehr hübsch. Sehr, 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 sehr schick. Ja, den tue ich jetzt aber hier unten hin. So, nun zeige ich euch diesen Farbton. Das ist die Farbe Glare. Glare, Glare, ich habe keine Ahnung. Auch aus der ersten Reihe von den Iridescent Multichromes. Aber da seht ihr schon, das ist so ein schriftiger Shade in Blau, vielleicht auch Lila oder sowas. Mal sehen, wie das dann rüberkommt. Hier gehe ich auch einmal so ein bisschen rein, damit ich euch gut was dann präsentieren kann. Ja, also das ist auf jeden Fall so bläulich-lila. Da bin ich gespannt, wie der jetzt wirkt. Schade, dass ich die anderen Swatches hier nicht mehr habe. Dann könnte man halt immer anders drauf schauen, ob der sich mit den bläulichen Tönen noch ähnelt. Aber ihr seht, der ist ein bisschen dünner. Der ist, oh ja, der ist softer, aber auch so ein schöner Ton im Alltag. Wenn es wirklich Farbe sein soll, aber eben ein bisschen softer. Oh ja, den werde ich auch, glaube ich, benutzen dafür. Sehr, 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 sehr schön. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr dünn. Der ist sehr, sehr dünn. Gut, ich habe jetzt auch nicht extrem viel drauf gehabt hier, ne? Aber der ist auf jeden Fall sehr dünn. Aber hübsch, ne? Glare. So heißt der Ton. Ach, ich sag's vielleicht, das sind so schöne Töne. Uiuiuiui. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht alles versaue in meiner Palette. Iridescent Multichrome namens Glow. Das ist Glow. Glow sieht auch sehr glowy aus. Da bin ich gespannt. Es sieht auf jeden Fall auch aus wie so ein bläulicher Farbton. Also, super, super, schick. Auch hier gehe ich mal rein. So, schauen wir mal. Ja, da ist auf jeden Fall was Blaues bei. Vielleicht auch mehr Lila-Anteil. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal noch ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, ich drücke das so ein bisschen innen Ton, damit nicht alles runter bröckelt oder bröselt. Weil, wie gesagt, bei den Tönen muss man ein bisschen gucken. Oh ja, den ist natürlich daneben. Zack. Ja, der ist ein bisschen, ich will nicht sagen, bröckeliger. Aber man muss gucken, wie man den dann, glaube ich, auch aufs Auge kriegt. Also, am besten finde ich persönlich ja immer mit dem Finger arbeiten. Das geht zwar auch mit dem Pinsel, ja. Aber, wow, aber der ist shiny. Ich glaube, das ist auch ein Glitter-Multichrome. Die sind besonders shiny, habe ich das Gefühl. Wow, der hat Leuchtkraft, oder? Wow. Sehr, sehr schöner Farbton. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch den werde ich mal vorsichtig daneben reinpacken. Und ich zeige euch nochmal den geswatchten Arm. Hier mit Ringlicht quasi nur. Ja, wirklich wunderschön. Ich zeige euch das gleich, wie gesagt, nochmal mit unterschiedlicher Beleuchtung, damit ihr das Bestmögliche daraus bekommt und für euch wisst, was euch da interessiert, oder eben auch nicht, oder einfach nur zum Schauen. Das sind jetzt nochmal die Farben, tatsächlich dann wieder im Sonnenlicht. Und ich finde, da kann man diesen wunderschönen Schimmer nochmal richtig, richtig gut erkennen. Ist natürlich ganz, ganz soft, finde ich, und sehr, sehr, sehr pastellig, aber wunderschön. Auch jetzt hier nochmal, seht ihr das, im Tageslicht. Auch da seht ihr nochmal ganz toll die Shifts auch so ein bisschen. Da ist es tatsächlich sogar, finde ich, schon fast noch besser zu erkennen. Ja, sehr soft, aber sehr, sehr schön. Also sehr pastellig, wie gesagt. Und jetzt zeige ich euch das hier nochmal vor meiner braunen Tür. Ich finde, da sieht man das halt auch nochmal ganz gut, wie wunderschön diese Farben sind. Und hier auch nochmal mit Badezimmerbeleuchtung ein wenig, dass man hier nochmal so ganz leicht dieses tolle Schimmern erkennen kann. Und ja, ich finde, das macht einfach wirklich was her. Und ich finde, mit Badezimmerbeleuchtung ist das sehr schön. So sehen jetzt also meine Kleinert-Lidschatten aus. Also ihr seht, das ist noch relativ übersichtlich, finde ich. Ich hätte gerne noch mehr. Aber ich, sag mal so, ich bin ganz glücklich auch mit dem, was ich jetzt hier so vorfinde. Das ist schon ganz, ja, ganz, ganz schön. Und wenn man sich die Reihen anguckt, ich meine, da ist alles Mögliche mit bei. Ja, das sind jetzt hier fünf Reihen. Und lasst mich das kurz rechnen. 20, 23, 23 Farben, also, ja, wie nennt man das? 23 Monolidschatten von Kleinert habe ich dann sehr, 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 sehr hübsch. Also ich finde, die machen wirklich was her. Die sehen gut aus. Klar, in der Handhabung muss man immer gucken. Wenn man das umarrangiert, ne, dann muss man auf jeden Fall oft sauber machen, ne. Ich müsste hier auch schon wieder sauber machen. Deshalb sieht das oft ein bisschen naja aus. Da muss man ein bisschen gucken. Man könnte auch einfach irgendwas mal Genetisches nehmen und den Ton rausziehen, damit man weniger, ja, damit man hier weniger putzen muss. Das ginge auch. Naja, ich liebe meine Kleinerts und wollte sie euch auf jeden Fall in diesem Video zeigen. Den nächsten Farbton, den ich euch zeige, ist von Touch of Glam Beauty. Und das ist Lucid Lavender Twisted Pastels LS Grams oder so. Made in Los Angeles. Ich glaube, das hatte ich mir mal beim Etsy Shop oder irgendwo bestellt. Ne, das war nicht im Etsy Shop. Das war... Ich weiß es gar nicht. War es im Etsy Shop? Ich weiß es nicht. Dieser wunderschöne... Dieser wunderschöne Farbton, der hat mir damals so gut gefallen. Den musste ich mir bestellen. Den fand ich so, so hübsch. Und ich habe da aber nie wieder bestellt, weil ich habe so lange auf die Bestellung gewartet, dass ich gesagt habe, ne, m-m. Ich weiß nicht. Wenn ihr Erfahrungen mit Touch of Glam Beauty gemacht habt, dann schreibt mir das mal. Meine waren eher so, naja. Deshalb nie wieder bestellt. Schade, weil der Farbton ist der Hammer. Wirklich, das weiß ich zumindest noch. Ich hoffe, der ist immer noch so schön. So, ich gehe hier mal rein. Zack, zack, zack. Damit ich euch... Oho, Hallöchen. Ja, der ist wirklich ganz besonders schön. Den swatche ich euch jetzt hier einfach mal. Oha. Schaut mal. Halleluja, ist der nicht toll? Wirklich ganz, ganz toll. Intensiv. Irrisierend. Bläulich, lila, pink. Also ganz, ganz toll. Und ich hätte mir auch mehr da bestellt, ne. Aber es war mir einfach zu... Naja, weiß ich auch nicht. Das war irgendwie mir zu... Also ich habe schon fast gedacht, dass ich das gar nicht mehr bekomme. Also das hat... Also bei Clionet, als ich damals da bestellt habe, waren das in Kanada ungefähr drei Wochen, wo ich gewartet habe. Aber hier war es noch länger. Ja, also... Weiß ich nicht. Also das fand ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich da nochmal was bestellen würde. Der Farbton selber gefällt mir aber sehr, sehr gut. Also wenn ihr da bestellen wollt, dieser Farbton ist echt schön. Lucid Lavender. Den... Ups. Den lasse ich auf jeden Fall hier in der Palette. Den werde ich hier oben mit reinpacken. Ja, ja. Den packe ich hier oben mit rein. Und dann zeige ich euch noch zwei Farbtöne. Die hatte ich hier in der Palette. Ich muss mal gucken, ob ich die umarrangiere. Weil als nächstes zeige ich euch dann nämlich Terramon. Und ich weiß nicht, ob ich viele von Terramon habe. Da muss ich tatsächlich erstmal mal nachgucken. Also ich habe das in meiner Clionet Palette drin gehabt. Aber ich weiß, ich wollte es eigentlich mal umarrangieren. Ja, ich zeige euch den Farbton Selene. Selene oder Selene. Von Terramon Cosmetics. Und Terramon Cosmetics ist auch so, 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 so schön. Ich mache das hier hinten mal eben sauber. Moment. Zack. Ja, ist ein bisschen besser. Ja, Selene oder Selene. Den hatte ich mir damals, ich bin der Meinung, im Monolith Shop bestellt. Wow. Wunderschön. Und den habe ich auch schon bestimmt, glaube ich, zweimal sogar getragen. Ja. Naja, ihr wisst ja, ich habe ja viel. Deshalb, wow, ist zweimal. Tadap. Zweimal halt auch wirklich für mich dann schon so, wow. Ja. Und wundert euch nicht, meine Hände sehen aus wie, naja. Genau. Mein Arm, glaube ich, auch. Ja. So sieht der aus. Oh yes. Also goldgrün. Irgendwie sowas. Den swatche ich euch mal einfach neben dem von Touch of Glam Beauty. Uiuiui. Schaut mal. Da kommt Farbe. Aber hallelujah, ist das nicht shifty? Und das ist auch so ein rosa, lila, gelb, goldgelb. Hammer. Hammer, wie intensiv dieser Farbton ist. Also Terramon Cosmetics ist auch einer, also in Deutschland auf jeden Fall eine sehr unterschätzte Marke, finde ich. Die können echt richtig was, ne? Also gefällt mir richtig gut. Ich lasse den jetzt erstmal hier drin. Aber ich muss gucken, ob ich noch mehr von den Terramons irgendwo habe. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Tja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt noch einen anderen Farbton. Und zwar ist das Antares. Antares, auch von Terramon Cosmetics. Den habe ich mir auch mal bestellt, auch im Monolith Shop. Und den fand ich auch so hübsch. Den musste ich mir mitbestellen. Ich swatch jetzt einfach mal mit dem kleinen Finger. In der Hoffnung, dass, ups, nicht ganz so viel, dass mein Swatch wunderschön wird. Aber ihr seht schon, in welche Richtung es thematisch gehen wird, ne? So, und den swatch ich, wenn ich hier nichts umschippe hier. Mit meinem Equipment alles daneben. Zack. Hübsch, oder? Ja, das ist so intensiv, intensiv ist das. Also wirklich ganz toll. Also Terramon habe ich auch echt lieb gewonnen. So, so schön. Terramon habe ich natürlich später getestet, nachdem ich schon viele Klarinats hatte. Ein Touch of Glam Beauty auch. Ja, aber ihr seht ja, die Qualität kann sich da echt blicken lassen. Und auch hier zeige ich euch jetzt gleich mal die Swatches nochmal mit Tageslicht, also mit Sonnenlicht. Mit normalem Tageslicht und mit Badezimmerbeleuchtung. Das ist jetzt im Tageslicht, aber ohne quasi, ja, wie jetzt hier mit Sonnenlicht. Ihr wisst, was ich meine. Also hier habt ihr nochmal richtig das Sonnenlicht drauf scheinen, auf die Farben. Och, ist das nicht ein Traum. Ich finde es ultra, ultra schön und ich hatte echt Glück, dass da die Sonne geschienen hat. Und auch in Badezimmerbeleuchtung, finde ich, sieht das immer noch fantastisch aus. Also das strahlt, leuchtet, reflektiert, so, so schön. Also ein Träumchen. Und hier auch nochmal im Tageslicht mit weniger Licht, aber auch sehr schön. Ich habe jetzt tatsächlich noch Terramon Lidschatten in meiner Sammlung entdeckt. Und davon werde ich euch auf jeden Fall noch welche swatchen. Und ihr seht hier auch noch Devina. Wer kennt noch Devina? Die zeige ich euch auch noch. Aber jetzt geht es erstmal nur um Terramon. Und da habe ich noch ein paar Schätzchen. Die werde ich auch zusammen in die Palette hier von Clionet packen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe übrigens die beiden Töne nochmal geswatcht. Ihr seht, dieser Ton hier, der hinterlässt diesen Stain. Ja, das muss man auch wissen. Also ich habe eigentlich ganz gut versucht, alles runterzukriegen. Aber leider, leider hinterlässt den Stain für alle die, die da vielleicht empfindlicher drauf reagieren. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Das war der Ton Antares. Antares hinterlässt ein Stain. So, nun machen wir weiter mit den nächsten Farben. Von Terramon Cosmetics. Oder Terramons Cosmetics, so heißt das ja eigentlich. Ich spreche es auch immer falsch aus. Das ist Solar Expansion oder Expansion. Oder, nein gut, das wäre jetzt sehr deutsch. Solar Expansion. Ja. Und diesen Farbton, den swatche ich jetzt einfach mal neben Antares. Halleluja. Seht ihr das? Also es ist wieder so ein dunklerer, ja so ein dunklerer Unterton, würde ich sagen. Bin ich gespannt, wie der jetzt hier rüberkommt. Und ja, sehr schön. Also, wow, wow, wow. Also, wie gesagt, ich liebe, liebe, liebe Terramon. Und für die Intensität hier. Ho, ho, ho. Ja. Auch den könnte ich noch ewig swatchen, weil der ist so seidig, so intensiv. Ihr seht das. Wahnsinn, oder? Richtig schöner Ton. Merkt euch den, das ist Solar Expansion. Ja. So, und dann mache ich jetzt mit diesem wunderschön schriftigen, bläulichen Ton weiter. Das ist Big Dipper. Und Big Dipper, den habe ich damals gesehen und dachte so, wow, hatte ich auch einen Monolithjob bestellt. Und Big Dipper hat mich mega interessiert, weil er eben so hübsch ausgesehen hat. Jetzt nehme ich mal meinen kleinen Finger. Ich hoffe, dass ich trotzdem eine große Wirkung erziele hier auf dem Arm. Mega, mega. Terramon ist echt genial. Ja, schaut mal. Und dieser Farbton, den entdeckt ihr ganz oft jetzt mittlerweile in ganz vielen Indie-Make-Up-Brands. Auch den könnte ich hier noch ewig langziehen, diesen Farbton. Den gibt es jetzt mittlerweile so oft. Gerade bei Anceli Rain habe ich den jetzt schon oft gefunden. Und das ist halt wirklich so ein blau, ja blau, rosa, leicht gold, vielleicht grünlich. Vielleicht auch ein bisschen lila, ne. Wunderschön. Wunder, wunderschöner Farbton. Wenn ihr euch den Mono, also so einen Mono nur haben wollt von diesem Farbton und keine Palette kaufen wollt zum Beispiel, ist das auch eine Variante. Dann habt ihr hier Big Dipper von Terramon und ich finde den ultra, ultra schön. Und wie gesagt, shifty, shifty intensiv. Das ist er. Dann nehmen wir direkt daneben den nächsten blauen Ton. Der ist auch sehr, sehr hübsch. Und das ist der Farbton The Cosmos. The Cosmos. Oh mein Gott. Als ich den gesehen habe, habe ich auch so gedacht, wow, der sieht ja wirklich aus wie der Cosmos. Ja, den musste ich haben. Und den zeige ich euch gleich, aber ich muss mir meine Finger nochmal hier entsorgen, wollte ich gerade sagen. Aber meine Finger kann ich nicht entsorgen. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss Hände waschen. Und dann bin ich gleich wieder mit diesem Ton zurück. Nun kommen wir zu diesem wunderschönen Sokosmos-Ton. Auch der ist so ein bisschen flaky, also es bröselt. Auf jeden Fall ein bisschen was runter. Ja, aber ihr habt dafür einen sehr schriftigen Shade, der wirklich sowas von hübsch aussieht. Aber jetzt bin ich gespannt auf den Swatch und ihr bestimmt auch. Wow. Ja, der ist auf jeden Fall präsent, kann man da nur sagen. Wow. Das ist heftig. Heftig, heftig, heftig. Schaut euch das an. Sowas von schön und intensiv. Blau. Ja, pink. Also ähnlich wie der andere, nur dass der wirklich noch dunkler im Blautom ist. Also der andere ist schon fast eher türkis. Der hier ist wirklich eher blau. Blaulich, rosa, leicht grünlich, wunderschöner Farbton. Ganz, ganz toll. Das ist die Farbe Cosmos von Terra Moons Cosmetics. Genau. Den packe ich jetzt hier auch in die Palette. Das zeige ich euch gleich nochmal, wie ich das jetzt hier arrangiert habe. Und dann mache ich mit dem nächsten Ton weiter. Dieser wunderschöne, intensive, grüne, schriftige Shade. Ja, ich sage immer schriftige momentan, ist ganz schlimm. Das ist Big Bang. Und Big Bang, oh mein Gott, da habe ich auch so viel zu gesehen und dachte so, wow, der catcht mich. Der ist intensiv. Den muss ich ausprobieren. Den werde ich jetzt auch ausprobieren. Und schaut mal hier mein Finger noch. Ja, da kann man das auch richtig gut sehen, wie toll Cosmos noch schiftet. Aber jetzt schauen wir uns Big Bang an. Und Big Bang, so ein schöner Ton gewesen. Also auch da habe ich mich so gefreut. Ja, machen wir ruhig ein bisschen mehr. Wow. Also Big Bang, ey, ist so ein krasser Ton. Wow. Wunderschön. Auch hier spotsh ich ihn jetzt mal daneben. Wow. Ja, sehr, sehr schön. Der hat auch irgendwie, finde ich, auch irgendwie eine dunklere Base. Weiß ich nicht, schwarzbräunlich irgendwas. Ja, man sieht das hier, ne? Aber wunder, wunder, wunderschön. Ich finde es ja irre, irre toll, wie intensiv die Farben so sind. Also muss ich echt sagen, also wenn mir jemand erzählt, Terramon, oh nee, dann denke ich mir so, oh, ihr habt noch nichts ausprobiert. Ich merke das schon. Ja, weil die haben wirklich so eine Intensität. Und ihr seht das ja, ne? Das ist wahnsinnig toll. Also, wunderschöner Big Bang Ton. Und nun schauen wir uns den nächsten Ton an. Der ist auch sehr besonders. Schaut mal. Alleine das, also da sieht man schon, dass der intensiv sein muss. Das ist nämlich, oh Gott, Coal Essence. Coal Essence, oh mein Gott, ja. Coal, Coal Essence oder sowas. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Von Terramon Cosmetics. Ja, den swatche ich euch jetzt auch mal. Gehen wir mal hier rein. Ja, ich weiß, ich habe hier noch ein bisschen grünen Abstrich, aber. Abstrich, oh Gott. Sorry für meine Wortwahl hier. Oh Gott, ich glaube, ich brauche Kaffee. Mon dieu. Kaffee. Schaut mal. Ist das nicht eine Wucht? Hammer. Da seht ihr schon, wie der gleich schiften wird. Den trage ich hier neben diesem grünen Ton auf. Und dann habe ich euch alle, alle, alle Terramon Lidschatten, die ich habe, gezeigt. Und der, oh ha, der zieht sich noch richtig rum. Also auch da könnte ich noch ewig swatchen. Wunderschön, oder? Hammer, Hammer. Traum. Ein Traum. Das ist so ein toller Ton. Und der, ja, der, der schiftet halt auch so uns rosa. Peachig, rosa, gold hingehend. Oh, ich finde den so besonders. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde den so unglaublich besonders und shiny und, uff. Ja, und hier alles zusammen. Das sind meine Terramon Cosmetics Lidschatten. Und ich bin echt ein Fan davon. Also ich habe ja noch eine Palette. Die muss ich auch unbedingt noch ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt, wie da die Schimmerfarben drin sind. Weil da sind überwiegend nur Schimmerfarben drin. Ja, muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber wie gesagt, wow. Ich bin ein Fan dieser Marke. Berechtigt. Hier seht ihr die Farben nochmal im Tageslicht. Und ihr seht diesen wunderbaren Shift. Und ich finde, man kann das richtig gut erkennen und richtig, richtig gut sehen, wie intensiv die Farben sind. Und hier auch nochmal vor allem mit dem Sonnenlicht. Toll, oder? Also da seht ihr wirklich mal, wie die Farben funkeln. Das kommt so gut raus. Das ist so eine krasse Leuchtkraft. Ich finde es so, so schön. Also ein Traum. Und jetzt seht ihr die Farben nochmal hinter oder vor der braunen Tür. Ich finde, da kommt das auch nochmal gut raus, dass sie schön shiften. Und jetzt seht ihr das auf jeden Fall nochmal mit Badezimmerbeleuchtung. Und auch hier seht ihr ganz großartig, wie toll diese Farben funkeln. Und es leuchtet einfach so, so toll. Also wie gesagt, Terramon ist echt so eine wundervolle Marke. Top. Als nächstes zeige ich euch nun meine Divina Cosmetics Shadows. Und unter anderem diesen hier, Papilio. Und ich habe die Divina Lidschatten von einer ganz lieben Person bekommen. Also liebe Grüße an dich. Ähm, genau. Und seitdem, ähm, also hat sich ja viel getan. Wie gesagt, ich habe sehr viel Make-up bekommen. Und die muss ich definitiv auch mal wieder nutzen. Die sind so, so toll. Ich finde die großartig. Und die Divina bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, was mit der Marke eigentlich los ist. Gibt es die noch? Sind die aktiv? Nicht aktiv? Ich weiß es nicht. Also, bin ich ehrlich, habe ich keine Ahnung. Ich werde euch auch den hier mal swatchen. Papilio. So intensiv ist er. Ich glaube, das hat auch so eine schwarze Base, ne? Ich habe irgendwie viele mit schwarzen Bases. Fällt mir auf. Oh Gott, mein Arm glitzert. Es tut mir leid, aber ich glaube, das wird heute nicht besser werden. Mein Arm wird überstrapaziert quasi. So, schaut mal. Wow, ja, der hat definitiv, seht ihr das? Das ist eine Black Base. Darunter ein wunderschöner, metallisch, schon fast wirkender, bläulicher Farbton. Sehr intensiv. Also, man sieht meine Adern quasi farblich nicht mehr. Super, super schöner Farbton. Wirklich ganz toll. Also, die haben Wumms, aber wie gesagt, ich habe schon so lange nichts mehr gehört. Ich werde die jetzt hier in die Palette mit reinpacken. Oh Gott, ich sage es euch. Oh, der Glitzer ist überall. Jo, aber die kommen jetzt hier mit rein. Das sind ja nur drei Stück. Und hier unten sind dann meine Terra Moons und darüber sind dann meine Clionet Lidschatten. Jetzt komme ich zu diesem wundervollen Farbton. Dieser hier, der schaut schon so besonders aus, ne? Der heißt Chromos 4 von Divina. Und Chromos 4. Sehr besonderer Ton. Wie gesagt, lange nicht benutzt. Auch ich werde jetzt erstmal gucken, wie sah er denn eigentlich aus. Und übrigens, die Konsistenz ist sehr cremig, auch wenn hier ein bisschen was runtergebröckelt hat. Aber es ist sehr, sehr cremig. Ich zeige euch den mal hier daneben. Und bei mir piept der Geschirrspüler. Wundert euch nicht, falls ihr das hört. Zack, seht ihr das? Ne, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ja, durch das Ringlicht. Aber wie gesagt, ich zeige euch ja gleich noch Swatches. Aber es sieht schon toll aus. Es ist ein sehr warm, stichiger Ton. Der hat so einen rötlichen Anteil. Gold und Grün. Den zeige ich euch dann, wie gesagt, gleich nochmal in einem anderen Licht. Da seht ihr den auf jeden Fall besser. Dann haben wir diesen Farbton. Der sieht jetzt erstmal sehr grün aus. Klassisch grün. Orion. Ach, so ein schönes, saftiges Grasgrün. Auch hier seht ihr vielleicht, was ich meinte, eben mit den Farben. Ist das nicht intensiv? Wahnsinn. So, hier gehe ich in das Grün. Grün. Wunderschönes Grün, finde ich. Richtig Saftgrün. So, den trage ich hier mal auf. Zack. Ja, der hat Wumms. Der hat, finde ich, mehr Schimmer. Die anderen sind eher metallisch. Und der hier ist schon eher schimmriger, so ein bisschen. Hübsch. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Auch Orion ist sehr, sehr hübsch. Also, wie gesagt, die Farben sind immer noch wunderschön. Ich finde, da hat sich von der Konsistenz, meines Erachtens, jetzt nicht so viel verändert. Sieht großartig aus. Ja, wie gesagt, diese Palette hier, die werde ich natürlich weiter benutzen. Die werde ich sauber machen. Ich hatte mir auch noch eine andere Leerpalette gekauft. Aber ich sehe es auch nicht ein, in jede Palette eine Marke reinzumachen, wo ich gar nicht so viele, ja, so gar nicht so viele Farben drin habe. Deshalb reicht mir das so, wie ich es jetzt habe, eher. Aber die mache ich mir hier noch sauber. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall die Swatches, wie das aussieht. Und ich erinnere euch hier in diesem Video einfach mal dran, trinkt etwas, ja, vergesst das Trinken nicht, ganz wichtig. Ich werde mir jetzt tatsächlich einen Kaffee kochen und, ja, quasi, wie sagt man es in Deutschland so schön, Kaffee trinken. Eine Pause machen und dann habe ich auch wieder mehr Energie, weil ich glaube, dieses Video wird wieder super lang und, ja, meinen Arm ein wenig schonen. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal weiter Swatches. Jetzt seht ihr die Farben nochmal im Tageslicht. Hier nochmal im wunderschönen Sonnenlicht. Da sieht man nochmal, wie toll die Farben funkeln. Und natürlich im Badezimmer sieht man das auch nochmal ganz toll. Also, der Vollständigkeit halber, ihr seht, wie gesagt, alles Clionette Cosmetics. Dann haben wir hier oben den Ton von, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich blende es euch ein, mir fällt es gerade echt nicht ein. Dann haben wir hier die Wiener Cosmetics. Wie gesagt, da habe ich ja nur zwei, äh, drei Farben. Und hier unten, da habe ich wirklich Terra Moons Cosmetics. Und, ja, ich habe das jetzt in dieser Palette hier von Clionette alles drin gelassen, weil ich halt finde, hier passt so viel rein. Ähm, und solange ich halt keine weiteren Clionette Lidschatten kaufe, ist das doch eine ganz gute Sache. Und jetzt mache ich aber weiter und zeige euch auf jeden Fall noch, was ich hier in diese Leerpalette vom Busy Shop reinmache. Die ist nämlich leer, da hatte ich nur einen einzigen Ton drinne. Und da möchte ich gerne, wartet, ich zeige es euch, diese hier reinpacken. Ich habe nämlich zwei unterschiedliche Paletten. Und da sind The Pastel Roses Lidschatten drinne. Die möchte ich alle hier reintun, weil hier einfach viel mehr Platz drinne ist. Und dann habe ich das nicht mehr in zwei Paletten, sondern in einer Palette. Und, genau. Und dann zeige ich euch noch mehr. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel von diesen Monolidschatten. Ja, The Pastel Roses. Der ein oder andere kennt die Marke, der ein oder andere auch nicht. Ich werde euch auch hier wieder alles versuchen zu swatchen und ein bisschen zu erklären. The Pastel Roses kommt, bin ich der Meinung, aus England. Und ich habe da schon häufiger bestellt. Das klappt auch super. Mittlerweile kann man auch über den Etsy Shop dort bestellen. Funktioniert auch super. Habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe sogar noch mehr Monolidschatten von The Pastel Roses. Die muss ich euch hier gleich noch herholen. Aber ich zeige euch erstmal das, was ich irgendwann, irgendwie schon mal, irgendwann benutzt habe. Also, ich fange jetzt einfach mal mit diesem Shadow an. Das ist auch ein wunderschöner Ton. Der heißt La Certa. La Certa oder wie auch immer. Manchmal kann man die Namen auch nicht gut aussprechen, finde ich. Aber dieser Ton ist der nicht. Hübsch. So shiny. Mega, mega schön. Den swatche ich direkt mal. Auch hier, es krümelt ein bisschen. Da immer ein bisschen gucken. Wenn ihr das aufs Auge bringt, immer gut gucken, dass es nicht krümelt. Oder einen Eye Primer benutzen. Also, ich gucke einfach immer, dass es nicht so dolle krümelt. Und ja, das geht halt auch. Also, meistens trage ich das sogar hier so wie hier mit dem Finger auf. Man kann das auch mit dem Pinsel auftragen, je nachdem. Schaut mal. Wahnsinn, oder? Das ist auch so ein, finde ich, so ein, also der Base-Ton, seht ihr, das ist so ein lila-mauve-Ton. Und darüber ist dann halt dieses grün-goldene. Wunder, wunderschön. Also wirklich phänomenal. Ich finde auch, so Pastel Roses hat so intensive Farben. Wahnsinn. Das sieht man denen manchmal gar nicht so extrem an. Aber es sind wirklich wunderschöne Farben. Ja, ich muss auch hier gleich mal meine Hände nebenbei sauber machen. Auf jeden Fall ganz großartige Shadows, die es von der Marke gibt. Auch da schaut gerne vorbei, wenn ihr auf der Suche nach Paletten seid. Oder nach einer Erweiterung eurer Monolidschattenreihe. Je nachdem, ob ihr sowas überhaupt habt oder wollt. Jetzt habe ich hier den Ton Taurus, auch von Pastel Roses. Und Taurus ist auch so, so schön. Den habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Ich gehe mal mit dem Finger mal rein. Der scheint auf jeden Fall sehr rosa-shifty zu sein. Mit einem blauen Unterton, wie ihr sehen könnt. Also so Pastel Roses hat es halt wirklich, wirklich, wirklich in sich, finde ich. Man muss zwar immer ein bisschen gucken. Ich finde, die sind nicht ganz so cremig wie Clionet oder Terra Moon. Aber dennoch sehr, sehr schön. Und ihr seht, der ist ein bisschen flaky hier an der Stelle. Da muss ich mal gucken, dass ich den noch anders swatche. So, verteilen wir ihn gut. Und, naja, also, so sieht der Ton aus. Wie gesagt, ich kriege das hier leider nicht so gut weg. Da ist die Konsistenz einfach ein bisschen anders. So, jetzt seht ihr das. Wahnsinn, oder? Das ist auch so ein bläulicher Unterton, würde ich sagen. Oder türkisfarbener Unterton mit einem tollen, schriftigen Rosa. Und, ach, großartig. Ja, er sieht fantastisch aus. Ein wunderschöner Ton. Auch der ist sehr besonders. Das ist die Farbe Taurus. Der nächste Ton ist dieser hier. Schaut mal. Der macht den Eindruck, dass das so ein grün Schiff hat, ne? So ein bisschen. Das ist der Farbton Bombshell. Und Bombshell ist so ein fantastischer Ton. Ich bin auch der Meinung, ich habe den so gut in Erinnerung. Ich habe den auch irgendwann genutzt und dachte so, wow. Ich gehe mal mit dem kleinen Finger hier rein. Wunderschön, wow. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen viel drauf. Jetzt bin ich gespannt, wie der rüberkommt. Ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen zu viel genommen. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Konsistenz ist ein bisschen trockener. Aber es geht noch. Also ich finde es noch nicht zu trocken. Sondern einfach nur etwas trockener. Minimal, minimal trocken. Wunderschön, oder? Ist das nicht ein toller Schrift? Ach, der hat so einen wärmeren Unterton. Der verschwindet so ein bisschen. Und darüber ist das halt so ein grün-blau. Ja, so ein grün-blauer Schiff, ne? Also Bombshell ist wirklich hot. Ja, wirklich wunderschön. Auch den packe ich hier mit in die Palette rein. Welchen Ton nehmen wir als nächstes? Nehmen wir den hier. Das ist Bonbon. Diesen Ton, ich finde den so cool. Bonbon. Den habe ich mal auch für einen Look benutzt. Oder zwei. Ich weiß es nicht. Ein oder zwei Looks. Ich fand den so, so, so hübsch. Schaut euch den an. Sieht das nicht special aus? Also sehr, sehr glittery. Vor allem sieht der aus. Und da gehe ich jetzt mal mit dem Finger rein, um euch den wieder zu zeigen. Schön, oder? Hammer. Da sind so viele unterschiedliche Farben drin enthalten in diesem einen Ton. Den swatche ich hier daneben. Zack. Wunderschön. Wunderschön. Wie gesagt, der ist auf jeden Fall, das ist alles etwas trockener als Clionet oder Terramon oder Divina oder sowas. Etwas. Aber ihr seht, da sind unterschiedliche Glitterpartikel drin. So ein bisschen kann man es erahnen, ja. Auch wieder so ein warmer Unterton und darüber getoppt mit einem rosa, blau, lila, bisschen grün. Also da ist alles Mögliche an Potpourri drin. Deshalb heißt er wahrscheinlich auch Bonbon. So niedlich. Bonbon. Ja. Den nächsten Ton, den ich euch zeige, ist dieser hier. Das ist so ein blau, lila, schriftiger Farbton. Sieht der nicht toll aus? Auch wieder sehr hübsch. Das ist der Farbton Komet. Den fand ich auch sehr, sehr, sehr besonders. Und den zeige ich euch natürlich mal. Ich gehe hier mal wieder rein. Auch wieder so ein Farbton, den man häufiger findet. Ihr seht, blau, lila bis rosa Schrift, ja. Je nachdem. Den trage ich hier auch wieder daneben auf, damit ihr das Bestmögliche quasi auch sehen könnt. Schaut mal. Wahnsinn, oder? So fantastisch. Das ist so hübsch, so schön. So ein blauer, blau, sogar fast türkisfarbener Untergrund. Und dann darüber halt blau, lila, top. Also topper drüber. Also topper nicht, aber wie ein topper drüber, ne? Als wenn da halt so ein blauer Schrift ist. Sieht man hier auch. Hier ist so ein bisschen hellblau. Hier sieht man das auch nochmal. Und dann sieht man hier diesen lila-rosanen Schrift. Also auch hier ein wunder, wunder, wunderschöner Ton. Also gefällt mir auch so, so gut. Den packe ich hier auch mit rein. Dann haben wir diesen Farbton. Der sieht auch so besonders aus. Das ist der Farbton Prism. Und Prism ist so fantastisch. Ach, alleine, ne? Was man hier alleine erkennen kann. Ich sag's euch so, so hübsch. Auch hier gehe ich einfach mal rein und swatche euch den hier einfach mal. Dann wieder auf den Arm. Seht ihr das? Da ist, also im lila-ton ist grün und gold noch mit enthalten. Das ist so irre. Wirklich, der Ton ist einzigartig. Also wirklich, ahm, das ist so. Den swatche ich daneben. Ja, traumhaft, traumhaft schön. Hier wirkt es zwar nur so ein bisschen, als hätte der Goldschrift. Aber da ist definitiv grün dabei. Wow. Oh, mein Gott. Schönheit. Ja, also ich finde es faszinierend. Ich hoffe, ihr findet es genauso faszinierend. Und ja, also mega. Mega schöner Farbton. Und jetzt zeige ich euch noch so einen lilafarbenen Ton. Das hat auch so ein bisschen so was Glittery-artiges. Den Multiverse-Ton. Auch ganz, ganz, ganz besonders. Und da gehe ich dann auch wieder mit dem Finger rein. Und da seht ihr schon, da ist Glitter drin. Beziehungsweise kein Glitter, aber es sieht so Glittery aus. Und den swatche ich hier auch mal daneben. Zack. Ja, der ist halt, wie gesagt, auch ein bisschen trockener. Wie gesagt, lässt sich gut auftragen, aber es ist ein Tuck trockener. Lila, Blau, Shifty. Und auch ein paar andere Pigmente, die jetzt leider nicht so gut rauskommen. Aber mega pigmentiert, ne? Mh. Wunderschön. Ich finde es irre schön, wie toll diese Farben grundsätzlich wirken, oder? Hammer. Also wahnsinnig schön. Super speziell. Also kann man wirklich nicht großherrlich meckern. Diese Palette hier, die werde ich jetzt erstmal danach sauber machen. Und dann habe ich hier diese noch. Und da ist tatsächlich ein Tuck kaputt gegangen, weil der mir runtergefallen ist. Mal sehen, ob ich den noch gerettet kriege oder eben nicht. Und dann kommt alles hier in diese große Palette quasi mit dazu hinein. Und ja, hier mache ich euch eben nochmal, zeige ich euch das nochmal an unterschiedlichen Tageslicht. Mal sehen, was ich noch an Tageslicht hier bekomme. Aber das seht ihr gleich. Jetzt seht ihr die Farben im Tageslicht. Da seht ihr den Shift. Und auch jetzt nochmal direkt vorm Fenster. Da sieht man das auch nochmal ganz schön mit dem Shift. Ganz, ganz toll. Also immer wieder faszinierend. Und wie da draußen. Ich hatte leider keine richtige Sonneneinstrahlung mehr. Und im Badezimmer, wie gesagt, mit künstlicher Beleuchtung sieht man auch nochmal so ein bisschen das wunderschöne Funkeln. Jetzt komme ich zu diesen Farben hier. Also ihr seht, da ist viel Farbexplosion passiert. Wie gesagt, war ein Ton rausgebrochenes. Ich glaube, um den kümmere ich mich mal eben. Ja, da ist leider nicht mehr so viel zu holen. Ich werde den weg tun, weil der ist ziemlich zerbrochen. Ich kann euch den trotzdem swatchen. Das ist kein Thema. Aber da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, leider, leider, leider. Wunderschöner Ton. Wow. Sehr, sehr schön. Das ist der Ton. Nymph. Nymph. Ja, aber wie gesagt, den werde ich weg tun, weil da ist jetzt nichts mehr wirklich vorhanden. Deshalb, ich swatch euch den auf jeden Fall hier nochmal. Einfach der Vollständigkeit halber. Ja. Weil er war ja noch damals okay. Jetzt habe ich den so blöd geswatcht, aber man erkennt es ja doch. Sehr, sehr schön, oder? Ist der nicht? Huh. Shiny. Shifty. Mega toll. Also, wie gesagt, ich finde so Pastel Roses schafft wirklich auch immer so richtig knallige Farben auch. Was ich sehr, sehr schön finde. Also, das mag ich sehr an der Marke. Ich glaube, ich zeige euch jetzt erstmal so die grünlichen Farben. Dann haben wir diesen Ton hier. Das ist so ein Grasgrüner Ton. Die Farbe Hawaii ist das. Die werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal eben swatchen. So, schaut mal. Schön, oder? Schönes Grasgrün. Den swatche ich direkt daneben. Ja, wunder, 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 wunderschön. Auf jeden Fall sehr schick. Mega. Ja. Schaut mal. Megaschön, oder? Grasgrün. Das ist halt kein Multichrom oder sowas. Das ist halt einfach... Das ist einfach ein wunderschöner Schimmer, ne? Ich habe ihn nur nicht so gut geswatcht gekriegt hier, aber... Man sieht ja, ne? Der Farbton kann was. So ein bisschen Grasgrün aus. Ein bisschen anders noch. Das ist der Farbton Lime Twist. Und Lime Twist, uh... Hat auch so ganz tollen Schrift. Da bin ich auch sehr gespannt. Da gehe ich mal rein. Der ist aber ein bisschen heller als der Ton, den ich eben hatte, finde ich. Ja, da sieht man das. Der ist schon schriftiger, ne? Der hat schon was Specialiges, als jetzt hier dieses gewöhnliche Grasgrün, sage ich mal. So, ja. Der ist auf jeden Fall heller. Der hat so einen anderen Unterton, finde ich, auch. Irgendwas Peachiges, glaube ich. Oder Rosanes. Ja, schaut mal, das ist rosa. Ein rosa Unterton. Je nachdem. Da ist auch grün mit bei. Da ist gold wieder mit bei. Und was rosafarben ist. Sehr, sehr schöner Ton. Sehr, sehr hübsch. Das ist, wie gesagt, die Farbe Lime Twist. Genau. Jetzt zeige ich euch diesen Farbton hier. Der sieht auch sehr besonders aus. Auch wieder so ein toller Grünton. Das ist die Farbe Parrot oder Parrot oder so. Ich weiß immer nicht, wie gesagt, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. Gehen wir mal. Ich sage, meine Finger sehen ja heute fürchterlich aus. Ich muss mich heute auf jeden Fall gut eincremen. Weil sonst bin ich da sehr trocken morgen. Auch hier ist ein wunderschöner grüner Ton. Der sieht jetzt nicht irgendwie schifft, besonders schifftig aus. Aber wie gesagt, ist er nicht so schlimm. Der hat einfach einen ganz tollen Schimmer. Wunderschön. Wunderschönes Grün. Also ihr seht, ich habe damals viel Grün-Töne bestellt. Ja, mich hat das damals so fasziniert. Ich war so im Grün-Rausch irgendwie. Und ja. Was war das? Parrot. Mache ich mal weiter mit diesem Farbton hier. Der sieht so ein bisschen... Ja, ich war es auch nicht so Gold. Hm. Was ist das? So ein grungiger Ton. Jupiter. Jupiter. Ja, natürlich. Das ist Jupiter. Jupiter ist auf jeden Fall auch sehr besonders. Ich gehe mal hier mit dem Farb... Also mit dem Finger rein. Zack. Wow. Wunderschön. Jupiter. Jupiter. Ganz schlicht Jupiter. So heißt er. Und den swatche ich mir mal hier daneben. Sehr, sehr schön. Das ist so ein warmer Ton. So ein bisschen ins Gold gehende. Braun-Gold, würde ich sagen. So ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein dreckiges Gold, würde ich sagen. Ja, so würde ich den betiteln. Dann haben wir diesen Farbton hier. Das ist die Farbe Little Star. Und Little Star macht auf jeden Fall so einen goldstichigen Eindruck. Da bin ich jetzt gespannt. Also Little Star ist der Name. Mal sehen, ob es wirklich ein Little Star ist. Oh, ja. Hübsch, hübsch. Scheint auf jeden Fall so ein bisschen schierer zu sein irgendwie. Mal gucken. So, swatche ich auch wieder hier neben. Oh, ja. Und der ist auf jeden Fall schierer. Ja, wie gesagt. Und die sind damals etwas trockener gewesen von der Konsistenz von The Pastel Roses. Und auch hier ist es eher so ein rosaner Schrift mit so ein bisschen Gold, ja. Ja, mit so ein gelb-gold, würde ich sagen. Nicht so warm. Aber so ein Hauch von, ne. Ja. Sehr, sehr hübsch. Also, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es waren damals noch nicht so viele Multichromes. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die bestellt hatte. Ich glaube, jetzt mache ich ein bisschen weiter mit so Rosafarben. Diesen hier zum Beispiel. Das ist die Farbe Spectrum. Sieht sehr rosastichig und vor allem goldstichig aus. Da bin ich auch wieder sehr, sehr, sehr neugierig drauf, wie der jetzt rüberkommt. Gehen wir mal mit dem Finger rein. Oh, ist der trocken. Also, der ist wirklich ultra trocken. Aber er gibt noch Farbe ab. Das ist mir immer wichtig. Und da ist irgendwie so ein Grün, so ein Grün mit bei. Ja. Mal sehen, wie der jetzt hier geswatcht aussieht. Och Mensch. So viel zum Thema Grün. Das ist eher, ja, das ist eher wirklich rosa-pink. Der sieht so ein bisschen aus wie Antares von Terramon. Nur, dass der hier ein bisschen trockener ist. Also, ich merke auf jeden Fall, The Pastel Roses muss ich mehr benutzen. Weil die werden einfach über die Zeit echt ein bisschen trockener. Ich weiß nicht, bei den Neueren ist das anders. Aber bei den Älteren, da muss ich ein bisschen gucken. Beziehungsweise schauen, dass sie nicht austrocknen. Aber ich glaube, den werde ich hier unten hin tun. So. Dann nehmen wir den nächsten Ton. Aber ich glaube, ich muss nochmal meine Hände säubern. Jetzt zeige ich euch diesen Farbton. Der sieht sehr hell aus, ne? Das ist Charmed. Erinnert mich ja direkt an die Serie Charmed. Auch ein superschöner Ton. Der scheint auch wieder so ein bisschen so ein Gold. Ja, vielleicht täuscht das auch, ne? Wahrscheinlich so ein Goldschiff zu haben. Mal sehen. Ich gehe da mal rein. Mal sehen, wie das dann so ausschaut. Ist auf jeden Fall auch wieder ein bisschen trockener. Ja, so rosa, helles Gold vielleicht. Ja, mal sehen, wie das jetzt aufgetragen aussieht. Oh ja. Der ist auf jeden Fall hell. Ich würde sagen, so ein Duochrom. Ja, das ist scheinbar ein Duochrom-Ton. Ja, so ein rosa und dann so ein helles Gold, ne? Richtig, richtig hübsch. Richtig hübsch. Ja, wie gesagt, damals war Multichrom noch nicht so extrem im Trend. Das ist ja heutzutage ganz anders. Da gab es auch mehr Duochroms. So, machen wir mal mit diesem Farbton hier weiter. Das ist auch so ein Pink-Stichgatton. Die Farbe heißt Pixi. Auf Pixi bin ich jetzt auch sehr gespannt. Scheint, ihr seht ja, der schüftet auch ein bisschen. Also mal sehen, wie der jetzt rüberkommt. Der hat irgendwie sowas Cremiges oben drauf. Ist auch trocken, aber irgendwie auch so cremig. Ganz komische Konsistenz. Aber ich hoffe immer, dass das immer noch gut ist, ne? Da habe ich ja immer ein bisschen Respekt vor, weil ich immer denke, hm, hoffentlich ist das noch in Ordnung. Aber ich gehe jetzt einfach mal von aus, ne? Ja. Ich muss auf jeden Fall mehr damit machen. Muss ich auf jeden Fall im Alltag ein bisschen mehr aktiver. Aktiver, diese alten, es ist ja wirklich schon, also so Pastel Roses habe ich auch schon ewig, Ewigkeiten. Das muss ich einfach mehr benutzen. Ihr seht, das ist so ein peachy, rosa, Untergrund ist so ein bisschen orange-stichig. Aber es ist jetzt nicht so ein spektakulärer Ton, ne? Also der ist schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen alt geworden, ne? So, ja, vielleicht benutze ich den auch mehr im Alltag. Das wäre doch eine Maßnahme, damit es nicht zu alt wird. Ich zeige euch jetzt mal hier noch so ein lila Farbton. Der sieht auch sehr besonders aus. Faro, Crystal Ball. Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn der so heißt, wie der dann rauskommt. So, ich gehe mal ordentlich rein. Zack. Ja, wirkt bläulich, lila, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich gehe mal ein bisschen stärker rein. Tut mir leid, dass meine Finger so fürchterlich aussehen, aber ich kriege auch das da drunter gar nicht mehr richtig weg. Also, ich habe so viel geswatcht, sage ich euch. Das wird nicht besser. So, schaut mal, sieht gut aus, aber wie gesagt sehr trocken. Ja, jetzt nicht so krass shifty, es ist eher einfach ein lila, vielleicht, ja, lila-bläulich, ne? Genau. Ja, man merkt echt, so Pastel Roses, das wird alt. Den Farbton tue ich hier oben mit zum lila, zeige ich euch gleich zum Schluss nochmal und dann mache ich weiter mit Blautönen und dann würde ich diesen Farbton hier nehmen, den hier. Das ist der Farbton Frosty und Frosty möchte ich natürlich wissen, sieht der denn wirklich Frosty aus? Nehmen wir mal den Finger her, ja, meine Güte, da habe ich jetzt aber ordentlich drin gesult hier, ja, so ein Blau-Grün vielleicht, so, finden wir dann hier noch Platz, ja, das kriegen wir hier noch hin, so. So, und auch hier wird er ordentlich geswatcht, damit man auch wirklich, wirklich was sieht, seht ihr das? So Gold, türkisblau oder eher blau, hellblau, ne? So ein Goldshift vielleicht, goldschriftig, vielleicht ein Hauch grün, aber sehr, sehr hübsch, sehr hübsch. Wie gesagt, leuchtet nicht überdimensional, aber ist sehr, sehr schick, so, den Blau-Ton packe ich jetzt hier unten rein und jetzt muss ich nochmal Hände waschen, weil, jo, meine Finger, oh Gott, meine Haut wird immer trockener, ich sag's euch. Naja, was soll's, jetzt zeige ich euch noch einen blaustichigen Ton von Pasta Roses, das ist der Farbton New und New, weiß ich gar nicht, wie neu der noch ist, aber da gehe ich natürlich auch mal wieder rein, ja, ist auf jeden Fall auch wieder trockener, von der Konsistenz, blau, ja, goldgrün, irgendwie sowas, so, und dann schauen wir mal, das wollte ich euch, neben diesem Ton hier, ja, wunderschöner Ton, oh ja, der hat richtig gut Pigmentierung, vielleicht ist er wirklich nicht ganz so alt aus meiner Sammlung, ich weiß es nicht, aber hat einen wunderschönen Schrift und ist auch nicht so trocken wie die anderen jetzt hier, ja, sehr, sehr hübsch. Ja, geht auf jeden Fall ganz gut, der kommt dann hier rein und dann haben wir noch einen Blauton, das ist dieser hier, der seht ihr schon, der hat einen tollen Schrift, der schriftet so ein bisschen ins Grün ist aber eigentlich blau, vielleicht auch lila, keine Ahnung, das schaue ich mir doch mal genauer an, auch hier einmal rein, zack, tada, oh mein Gott, sieht er nicht super aus, wie heißt der Ton? Amazonia, Amazonia, wow, ja, absolut, absolut, oh Gott, den mache ich jetzt hier ganz hinten hin, oha, der ist creamy, ja, ich glaube, das ist auch einer der neueren Supercell Roses Töne, den ich damals gekauft habe, weil die haben da ein bisschen dran gearbeitet, habe ich festgestellt, das ist nicht mehr ganz so trocken, wie es mal war, von der Konsistenz hin, aber gut, ja, so ein bisschen grün, shifty, blau, ich weiß nicht, ob da auch ein Lila mitschwingt, aber sehr, sehr hübsch, wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal Tageslicht, Swatches und so weiter, aber ein wunderschöner Farbton, muss ich echt sagen, der kommt hier mit rein und, naja, und dann seht ihr hier meine The Pastel Roses Sammlung, ich habe noch neue Farben, die werde ich hier mit rein machen, die werde ich euch aber nicht mehr swatchen, ich werde grundsätzlich jetzt nichts mehr swatchen, meine Finger sind einfach jetzt schon so, also ich werde versuchen, wenn nur noch in Ausnahmefällen zu swatchen, weil meine Finger sind jetzt schon so trocken und Hände auch und alles, deshalb, also, nicht böse sein, wenn ihr was besonderes von den Farben sehen wollt, dann schreibt mir das auf jeden Fall unter dieses Video, Ja, ich hole auf jeden Fall gleich noch mehr Farben vor, es wird hier auf jeden Fall nicht langweilig, nein, nein. Jetzt seht ihr die Farben wieder im Tageslicht, ich finde, das ist immer super schön, um einfach so ein bisschen zu erkennen, wie der Shift so ist, natürlich hier nochmal mit ein wenig mehr Tageslicht, mit einem Hauch Sonnenlicht auch ganz toll, Ja, und mit Badezimmerbeleuchtung sieht man tatsächlich ein wenig mehr den Sparkle-Effekt, was ich ja persönlich auch immer ganz wichtig finde. Der nächste Farbton, den ich euch zeige, den habe ich neulich ausprobiert, da werdet ihr auf jeden Fall mindestens zwei Looks mitsehen, das ist der Farbton Sakura von The Pastel Roses, Und wie gesagt, das ist einer der neueren Farben, ihr seht schon, der ist so rosa, bläulich, ja, geschifftet, also wunderwunderschön, der kommt, üpsala, nicht runterfallen, ich sag's euch, das ist manchmal echt ein Spagat hier, Der kommt in der untersten Reihe rein, passt sehr, sehr gut, seht ihr gar nicht, so, der kommt hier in der untersten Reihe rein, da kommen die neueren Farben hin, damit ich weiß, was neu ist und was halt auch alt ist. Ja, dann haben wir noch einen Farbton, den habe ich noch nicht ausprobiert, noch nicht geswatcht, gar nichts. Dieser Ton, ist der nicht hübsch? Der erinnert mich ein bisschen an Mural von Clionet Cosmetics und das ist der Ton Dragonfly, auch von The Pastel Roses. Und wie gesagt, der ist noch relativ neu und ja, den werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Ich möchte auf jeden Fall meine Monolidschatten, wie gesagt, etwas stärker benutzen, dann habe ich noch diesen Farbton hier, der ist auch so ein bisschen bläulich, lila, und das ist der Farbton Blue Moon. Ich glaube, den habe ich sogar gratis bekommen gehabt bei meiner Bestellung, ja, und manchmal schicken die wirklich einen gratis Farbton mit dazu. Das fand ich super lieb, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und ich dachte, ja, und dann habe ich diesen Farbton damals mir bestellt. Das ist der Farbton Over the Rainbow und ihr könnt schon sehen, warum der so heißt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, sah sehr, sehr gut aus, was ich bis jetzt so gesehen habe. Den werde ich auf jeden Fall auch noch nutzen und euch das dann halt auch dann in Looks zeigen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich, hoffentlich nichts vergessen und euch alle The Pastel Roses Farben gezeigt, die ich so habe. So, und so sieht dann die Palette aus mit diesen wunderschönen The Pastel Roses Farben und ihr seht, ich habe jede Menge, jede, jede Menge, also ich liebe Monolidschatten einfach und ich finde, das sieht einfach immer echt umwerfend schön aus. Von den Farben her und so weiter, ganz großartig, ja, einfach, einfach schick, besonders, ne. Aber wie gesagt, auch hier werden Farben älter, trockener und dementsprechend werde ich mal gucken, dass ich die auch deutlich mehr in Benutzung bringe. Und jetzt zeige ich euch noch einen Monolidschatten, ich glaube, den werde ich hier mit bei den Kleinen jetzt reinpacken in der Palette, den zeige ich euch kurz. Und zwar handelt es von Liesel Cosmetics, den hatte ich mir mal bestellt, der war günstig und reduziert. Ich fand den ultra schick, das ist so ein orange, peachy, rosaton, ganz, ganz schick und wunderschön. Fand ich ganz gut, tatsächlich, der kommt jetzt hier unten mit hin, bei meinen Lidschatten, ja, dann macht das irgendwie Sinn für mich. Genau, der kommt hier mit rein und dann kommen wir zu dem nächsten, oh mein Gott, da muss ich auch Ordnung machen, ich sag's euch, also das sieht nicht gut aus. Und zwar Glamshop unter anderem. Von Glamshop habe ich noch diese Palette, ich habe ja eine aussortiert gehabt, ich habe nur noch diese hier. Das hier ist meine erste Glamshop-Palette, ihr seht, die sieht nicht besonders gut aus, ich muss ja auch ein bisschen was aussortieren draus, also ihr seht, dieser eine Ton ist ja komplett raus. Und ja, das muss ich einfach wirklich komplett sauber machen. Ich werde dann die andere Palette da benutzen, beziehungsweise überlege ich gerade, ob ich noch eine andere Palette habe, wo ich die reinpacke, wobei Glamshop, Glamshop sein oder bleiben soll. Ja, weil ich finde es ganz schön, wenn alles in einer Palette ist, ne. Das ist Glamshop, da seht ihr auch, da habe ich sogar Monofarben, die matt sind. Ich habe mir die alle mal einzeln bestellt gehabt. Das sieht natürlich jetzt Katastrophe aus, also, ja, und ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr swatchen, aber ich werde euch das dann zum Schluss zeigen, wenn ich das sortiert habe. Und dann habe ich noch eine Palette, das ist eine alte Nabla-Palette und da sind auch Glamshop-Farben drin. Glamshop, das sind auf jeden Fall die hier oben, ich glaube auch die hier unten. Und das hier drüben, das ist eine Marke, diese hier, das ist so eine Marke, die kennt ihr vermutlich nicht. Ich muss mal gucken, wie die heißt, das ist Amo, Amo, Amo Cosmetics, da ist es, Amo Cosmetics, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Marke gibt es nicht mehr, ne. Ich muss auch sagen, ich finde die nicht so gut, ich finde die nicht so gut und kann mir vorstellen, dass die Konsistenz nicht jedem so gut gefallen hat. Ach ne, das ist, ach ne, seht ihr, ne, 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 pass auf, falsch. Also, das hier sind Glamshop-Lidschatten und das hier sind Amo, Amo Cosmetics, die Marke gibt es nicht mehr und dann habe ich diese hier noch und ich glaube, die Marke gibt es auch nicht mehr und das ist die Marke, zeige ich euch nochmal, Pretty For Your Face. Ich glaube, die Marke gibt es auch nicht mehr und da habe ich auch Lidschatten, ich finde die gar nicht so schlecht, die sind echt ganz gut, die habe ich jetzt nicht negativ in Erinnerung, die fand ich ganz gut. Aber diese Amo Cosmetics, die fand ich nicht so gut. Ja, ich werde das jetzt hier sauber machen, werde euch das jetzt gleich nochmal fertig zeigen. Wie gesagt, swatchen werde ich jetzt nichts mehr, weil, ja, ich glaube, meine Hände und Arme danken es mir. Aber ihr seht, ich habe wirklich sehr viele Monolidschatten. Wie gesagt, ich werde das jetzt eben sauber machen, zeige es euch jetzt nochmal und, ja, und ich hoffe, dass ich euch alles jetzt hier in diesem Video zu meinen Monos gezeigt habe. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Paletten. Wie gesagt, ich habe es sauber gemacht. Ja, sieht doch gleich ganz anders aus. Das ist jetzt alles Glamshop und ihr seht, ich habe die teilweise auch wirklich ganz gut benutzt. Ja, ich muss sie halt nur nochmal etwas mehr benutzen, ja, weil sonst, wie gesagt, die werden ja nicht besser, wenn sie weiterhin nur so rumliegen. Hier habe ich übrigens zwei Glamshop Lidschatten, die matten Farben, die habe ich hier nicht mehr reingekriegt. Und hier habe ich dann, wie heißen sie, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, Pretties for your face. Ja, genau. Und hier drunter die Marke Amox Cosmetics oder Ammo Cosmetics, die gibt es ja, wie gesagt, nicht mehr und ist auch nicht besonders gut, finde ich. Ähm, ja, Kleiner Palette und die hier von Bussi Shop mit den The Pastel Roses. Also ich habe vier Paletten jetzt, wo ich Monolidschatten drin habe und ich muss sagen, das ist mehr als ich gedacht hätte, muss ich schon sagen. Ich habe es jetzt sehr komprimiert, aber es war auf jeden Fall wichtig, dass ich da wirklich nochmal reingucke und einfach nochmal ein bisschen aufräume. So ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Also, ich bin glücklich, weil ich weiß, was da für Schätzchen auf mich warten, immer und immer wieder. Ich liebe diese Monos und ich bin echt froh, dass ich sie habe. Ich schaue natürlich auch beim Monolidschatten da, dass ich da nicht noch mehr übertreibe. Also ich halte mich da echt zurück, auch wenn Neuheiten rauskommen. Und ich denke mir immer, brauche ich das wirklich? Habe ich farblich nicht doch einen sehr ähnlichen Monolidschatten oder vielleicht sogar einen aus einer Palette? Also ich gucke da wirklich mittlerweile sehr viel genauer als früher. Deshalb ist die Sammlung auch entstanden, weil ich, ja, weil ich einfach damit angefangen hatte und ich war so glücklich damit. Gerade mit Clionet und Clionet habe ich damals zum Beispiel wirklich noch in Kanada bestellt, ja. Also das war für mich so wow und es ist für mich immer noch, deshalb ist Clionet für mich halt so eine fantastische Marke. Ja, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich hoffe, ihr konntet dem Video etwas abgewinnen, wenn ja, freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Gebt dem Video auf jeden Fall dann auch von Herzen gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, abonniert diesen Kanal, denn es wird weitere wundervolle Videos geben. Jetzt auf jeden Fall ganz bald, ich sag's euch, ein Haul-Video. Ich muss unbedingt ein Haul-Video machen für euch, weil ich will meine Sachen endlich wegräumen. Es ist so viel, was rumsteht und, ja, und ich hoffe einfach, dass ich das dann wegräumen kann, weil, ja. Aber euch die Dinge zu zeigen, die ich geshoppt habe, die jetzt bei mir sind, das wird euch bestimmt auch sehr interessieren. Da sind sehr, sehr skurrile Dinge dabei, sehr besondere Dinge. Und, ja, wenn euch das gefällt, ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall abonnieren. Die Glocke auf jeden Fall auch aktivieren, denn mit dieser Glocke verpasst ihr, wenn ihr mich denn abonniert habt. Keines der Videos und, ja, soviel nochmal zur Erklärung für all diejenigen, die das nicht wissen. Aber ich glaube, jeder von euch weiß es, der mir hier zumindest länger folgt oder der YouTube kennt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt alles Gute. Bleibt auf jeden Fall gut bei euch, ja. Bleibt soweit gesund und fit. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall Sonntag in einer Woche im Video. Hier auf diesem Kanal.